Sie stehen mit Ihrem Rücken zu einer Wand, mit Ihren Fersen eine Fußlänge von der Wand entfernt. Lassen Sie eine Schuh breit Abstand zwischen Ihren Füßen, lehnen Sie sich mit Gesäß und Schultern an die Wand. Beugen Sie Ihre Knie leicht und kippen Ihr Becken so, dass Ihre Lendenwirbelsäule flach wird und schieben Ihr Becken gleichzeitig so weit nach vorne, bis es den Kontakt mit der Wand verliert. Lassen Sie Ihre Handinnenflächen nach vorne zeigen, spreizen Ihre Arme etwas ab und legen dann Ihre Unterarme gegen die Wand. Drücken Sie als nächstes Ihre Unterarme so fest in die Wand, dass auch Ihre Schultern einen Spalt weit von der Wand abheben und allein Ihre Unterarme in Kontakt mit der Wand bleiben. Schieben Sie schließlich Ihre Brust nach vorne raus und ziehen Sie Ihre Schulterblätter zusammen, bis Sie eine Muskelspannung zwischen Ihren Schulterblättern spüren. Halten Sie die gezeigte Stellung, solange dies schmerzfrei, ohne dabei die Luft anzuhalten, kontrolliert und ohne Zittern möglich ist.